Hi, Paul Kramer hier vom VideoCheck und heute geht es darum, warum mich das Autofahren schlauer macht. Das soll jetzt nicht heißen, dass Menschen, die nicht Autofahren, dumm sind, aber Autofahren macht mich auf jeden Fall schlauer. Ich habe ein Problem und zwar, ich kann keine Bücher lesen. Ich lese die ersten drei, vier Sätze und dann habe ich schon wieder vergessen, was im ersten passiert ist und ich kann nicht so den Zusammenhang rausfinden. Ich bin vielleicht nicht dumm, aber das kriege ich einfach nicht auf die Kette. Und ich finde aber, das ist ganz wichtig, dass man sich fortbildet und vor allem auch solche Situationen nutzt, die eigentlich sinnlos sind. Man sitzt im Auto und hört diese Doodle-Musik, die man sowieso nicht mehr hören kann, weil es immer dasselbe ist. Das wird mittlerweile beim Radio genauso wie beim Fernsehen und ich habe immer mein Handy mit und auf meinem Handy habe ich die neuesten Hörbücher drauf und das verbinde ich dann mit dem Autoradio. Ich kann es auch zu Hause über Kopfhörer hören, das ist auf jeden Fall kein Problem. Ich nehme auf jeden Fall Audible, beziehungsweise Audible, weil das für mich einfach am praktischsten ist. Ich habe ein Abo, nämlich bezahle 9,95 Euro im Monat. Der erste Monat ist sogar umsonst, kann man auch noch wieder kündigen, nach einem halben Jahr nochmal machen, kriegt man wieder einen Monat umsonst und ein Gratis-Hörbuch. Und auf jeden Fall in meiner Mitgliedschaft da ist immer ein Hörbuch mit drin im Monat und ich kann dann auch noch welche zukaufen. Und zugekaufte Hörbücher kosten dann auch nur 9,95 Euro. Also als Beispiel, anstelle von 9,95 Euro für den neuen Ken Fonditon zu bezahlen als Hörbuch, ziehe ich mir das Ganze aufs Handy für 9,95 Euro. Beziehungsweise wenn ich nur ein Hörbuch im Monat höre, dann ist es in der Mitgliedschaft mit drin. Beziehungsweise wenn ich die Gratis-Mitgliedschaft habe, ist das Ganze umsonst. Die Mitgliedschaften, ich habe euch das unten mal in die Infobox mit reingepackt. Also kündigen ist auch kein Problem, ist monatlich möglich und auch der Probemonat ist nach Unterladen des Hörbuches auf jeden Fall auch sofort kündbar. Ohne dass man das Hörbuch jetzt wieder hergeben muss, also von daher, ich finde das auf jeden Fall ideal. Denn ich nutze das beim Autofahren, ich fahre jeden Tag eine halbe bis dreiviertel Stunde zu meiner Arbeit hin und habe da auf dem Arbeitsweg natürlich jede Menge Zeit. Und ich kann meine Zeit am sinnvollsten nutzen, indem ich mich fortbilde. Ich habe viel Wirtschaftsbücher, höre ich mir an, Hörbücher und die würde ich auf jeden Fall niemals auf die Kette kriegen, wenn ich die in der Hand hätte und lesen würde. Ich würde mir auch nie die Zeit nehmen, mich hinzusetzen, ohne ein Buch zu lesen. Das ist einfach bei mir irgendwie nicht drin. Und während des Autofahrens ist es auf jeden Fall spielerisch. Ich lade mir im Monat im Schnitt zwei bis drei Hörbücher runter und habe so immer was für die Ohren auf jeden Fall. Ich habe mich damit auch schon auf den Arsch gesetzt. Ich habe da ein Hörbuch runtergeladen, war ein Bestseller. Ich habe gar nicht erst groß geguckt und nach einem halben Hörbuch habe ich festgestellt, das ist ein Hörbuch für Frauen. Das geht nur um Schwangerschaft und sowas und ich hätte kotzen können. Ich habe mich so geärgert und ich habe dann aber herausgefunden, dass man bei Amazon die Hörbücher auch umtauschen kann. Also wenn einem die nicht gefallen, kann man die umtauschen und sich dafür wieder ein anderes aussuchen. Das ist auf jeden Fall richtig cool gemacht. Die Hörbücher, die man behält, kann man natürlich immer wieder abspielen, immer wieder abspielen. Und das finde ich in meinen Augen auf jeden Fall eine coole Sache. Im Gegensatz zu anderen Plattformen, wo man das Hörbuch quasi bezahlt und man hat das Ding an der Backe oder hat 50 CDs dabei. Das nervt in meinen Augen einfach nur, dass es einfach mit übers Handy praktischer. Folgendes geil ist, ich höre es ja tagsüber auf dem Arbeitshin- und Arbeitsrückweg. Und wenn ich im Bett liege zum Einschlafen, höre ich auch gerne Hörbuch, kann dann Timer einstellen, 15 Minuten Timer. Da habe ich mein Handy, aber auf der Ladestation, dann nehme ich dann mein Tablet und das Tablet fragt mich dann automatisch, wollen Sie wieder zu der letzten Position hinspringen, wo Sie aufgehört haben zu hören mit dem Telefon zum Beispiel. Das finde ich auf jeden Fall mega praktisch und deswegen ist in meinen Augen Audible der beste Anbieter und der preiswerteste für Hörbücher. Wir haben jetzt in der Amazon-Mitgliedschaft, Prime-Mitgliedschaft, haben wir auch ein paar Hörbücher mit drin. Ist allerdings nicht die Creme de la Creme. Amazon arbeitet auch mit Audible zusammen. Aber für die guten Hörbücher empfehle ich auf jeden Fall sowas. Also wer sich für sowas interessiert und ich sage mal, man gibt sonst für jeden Müll auch Geld aus, aber für Bildung oder irgendwas, was den Kopf so ein bisschen trainiert und fit macht, das macht man dann halt nicht. Ich kaufe mir lieber Hörbücher, als nach Feierabend ein Feierabendbier zu trinken. Da ist halt jeder anders, jeder wie er es gerne mag. Wer natürlich noch geilere oder bessere Quellen hat, der kann das unten auch in die Kommentarbox mit reinschreiben. Und gegebenenfalls sind das gute Quellen, würde ich da auch gerne ein Video drüber machen und den Namen dann auch erwähnen. Ansonsten bin ich auf jeden Fall von Audible fasziniert. Es ist schnell, einfach, unkompliziert und vor allem, man muss keine Kündigungsfristen einhalten oder was. Hat man da keinen Bock mehr drauf, kündigt man den Rotz und dann ist man das Ding von der Backe. Es gibt ja auch noch ein Flexi-Abo, den Link kann ich unten auch gerne nochmal mit reinpacken. Das ist quasi, man hat, bezahlt 4,95 Euro, war das, ne? Man bezahlt 4,95 Euro im Monat und bekommt dann dadurch halt dieselben Vorteile wie bei der vollwertigen Mitgliedschaft, ist allerdings drei Monate an Audible gebunden. Also bezahlt letztendlich 15 Euro dafür und kriegt drei Hörbücher. In meinen Augen für 15 Euro, für drei Hörbücher, das kriegt man sonst nirgendwo und deswegen ist auf jeden Fall in meinen Augen Audible top. Ich hoffe, euch hat diese Rezension oder dieses Infovideo gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und ich würde sagen, bis morgen, bis zum neuen Video hier auf VideoCheck. Macht's gut, ciao!